Stellen Sie sich vor, Ihr Haus brennt lichterlos. Sie rufen die 112 an, aber die Leitstelle sagt bloß, sorry, wir können Ihnen gerade nicht helfen. Wir haben nicht genug Personal zum Löschen da. Nein, so schlimm ist es bei uns zum Glück noch nicht. Aber die Entwicklung ist durchaus besorgniserregend. Bundesweit gibt es immer weniger freiwillige Feuerwehrleute. Und selbst da, wo es noch genug gibt, sind viele nicht rechtzeitig verfügbar und am Einsatzort, wenn sie gebraucht werden, weil sie z.B. woanders arbeiten. V.a. auf dem Land wird das immer mehr zum Problem. Z.B. auch im mittleren Kinzigtal, unweit von Offenburg, wie Sebastian Schlei berichtet. Und plötzlich zählt jede Sekunde. Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Hausach im Kinzigtal am Dienstagabend. Ein Zementwerk brennt, Menschen sind von den Flammen eingeschlossen. Der Einsatz ist bloß eine Übung. Doch die Situation der Freiwilligen Feuerwehr ist ernst. Wenn es tatsächlich brennt, kann gerade mal ein Drittel der Truppe ausrücken. Der Grund, die Mehrheit der 64 Kameraden ist tagsüber gar nicht da. Mit jenen Pendler braucht man tagsüber gar nicht rechnen. Wenn die 20 km weiter weg arbeiten von Hausach, mit jenen braucht man nicht rechnen. Tagsüber, ganz klar. Und das in einer so dünn besiedelten Region. Kleine Städte, eng bebaut, dazu abgelegene Täler mit zehntausenden Quadratkilometern Wald und einsamen Höfen. Geschützt durch ein paar hundert Freiwillige. Man hofft immer, dass nichts passiert. Und wenn du dann natürlich landwirtschaftlich anwesend hast, dann ist das natürlich noch schlechter. Wenn da was passiert, das brennt dann gleich Lichter noch. Mein bester Freund ist bei der Feuerwehr. Der schafft aber auch 30 km von hier weg. Der kann auch nicht zu jedem Einsatz. Dann zu wissen, dass es dauern kann und dass dann so ein Schaden entsteht oder vielleicht auch Menschen in Gefahr geraten, ist natürlich schlimm. Ein paar Kilometer weiter in Wolfach. Seit knapp 160 Jahren gibt es hier schon eine freiwillige Feuerwehr. Die Tradition wird gepflegt. Doch die Zukunft macht Kommandant Christian Keller Sorgen. Die wenigen Freiwilligen, die er am Tage zusammenbekommt, haben die gleiche Verantwortung wie ihre Berufskollegen in den Städten. Das Haus in der Großstadt brennt genauso heiß und so hell wie das auf dem Land. In der Großstadt habe ich eine Berufsfeuerwehr und auf dem Land brauche ich eine freiwillige Feuerwehr. Das ist eigentlich ein Beispiel. Das ist eigentlich in anderen Ländern nicht so üblich. Aber deswegen brennen die Häuser dort meistens auch ab. Oder die Leute versterben in ihren Fahrzeugen, manchmal Verkehrsunfall. Aber wir haben hier immer noch die Hilfsfrist von 10 Minuten, wo wir eigentlich im Kernbereich hier vor Ort sein sollen. Inzwischen werden gleich die Nachbarfeuerwehren mit alarmiert, wenn es brennt. Wie hier vor etwa 1,5 Jahren in Schramberg. Alleine geht im Ernstfall immer weniger. Auch Betriebsfeuerwehren müssen öfter mit anpacken. So ist das auch in Hornberg. Dieses Feuerwehrauto ist noch relativ neu. Doch mit der neuen Technik kommen immer auch neue Lehrgänge und Prüfungen, die wieder in der Freizeit der Kameraden anfallen. Zusätzlich zu den Problemen der Freiwilligen Feuerwehr wachsen also auch noch ihre Aufgaben. Das muss man auch mal so sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir darauf angewiesen sind, dass auch in Zukunft Bürgerinnen und Bürger sich engagieren für die Gesellschaft, sei es Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, wie auch immer, damit das System funktionieren kann. Und die Bürger selbst? Sie sind im Ernstfall auf die Freiwilligen angewiesen. Aber wer hat schon mal überlegt, mitzumachen? Ich selber eigentlich persönlich noch nicht. Warum? Ja, habe ich mir eigentlich so in dem Sinn gar keine Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ob ich das vorstellen könnte? Mit Feuer? Eher weniger. Ich mag Feuer nicht so. Die machen jetzt auch nicht, sage ich mal, richtig aktiv Werbung oder dass sie halt Mitglieder suchen. Da könnte man zumindest mal ein Schild hinstellen. Zurück bei der Übung im Hausacher Zementwerk. Viele Feuerwehren werben bereits offensiv um Nachwuchs. Doch auch der nützt wenig, wenn die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für den Dienst nicht freistellen. Diese Fälle gibt es in der Region immer wieder. Ein Bekanntes von mir, da hat es die Problematik schon gegeben. Da hat der Arbeitgeber gesagt, zu viel Einsätzen im Monat darf er noch gehen. Alles, was drüber ist, kann er nicht mehr veranbauen. Klingt das für Sie? Ja, beängstigend. Die Übung geht zu Ende. Anstrengend war es trotzdem. Ein harter Job nach dem Job. Freiwillig. Seien Sie bereit? Ja. Ein, zwei, ab. Schon morgen könnten sie auf echte Flammen treffen. Echte Leben retten. Zumindest die, die Zeit haben. Zumindest die, die Zeit haben.